Yo Leute was geht ab? Ich bin's heute wieder mit einem Video und ich wollte heute ja eigentlich die Ambato-Krankes wollen, aber sind wir ehrlich, wir scheißen heute komplett drauf. Was will der machen, sind wir mal ehrlich? Er kann nix, er kann nix machen. Der weiß vielleicht wo ich wohne, aber was will er denn machen? Habt ihr das gehört? Habt ihr das gerade gehört? Habt ihr das gerade gehört? Habt ihr das gerade gehört, Jungs? Lasst mal gucken. So wir sind jetzt auf dem Weg zu gucken warum es klingelt und ich habe mega Angst wirklich. Ich habe extreme Angst, was da passiert gleich. Lasst ein Like auf jeden Fall da dafür, abonniert und ja, lass mal gucken was da ist. Scheiße, was ist das? Abato-Krankes? Was ist das? Nehm es rein. Hat uns etwa Abato-Krankes ein verfluchtes Happy Meal vorbeigebracht? Shit. Lass uns das mal genauer angucken. Abato-Meal. Krass, wir gucken uns das nochmal genauer am Tisch an. Puh, solche Sachen passieren echt nur um 3 Uhr nachts, Jungs. Also, dafür ein Abo und ein Like da lassen, bitte. Denn das ist, das echt nix selbstverständlich ist, dass ich das gerade reingeholt habe. Am Ende ist das irgendwie verflucht oder so oder der hat halt irgendwie reingewichst oder was weiß ich so. So, sehr ganz ehrlich. So, wir gucken uns das gleich mal im guten Licht an und alles. Dann sind wir jetzt hier auf der Couch und man sieht, dass am Baturier jetzt einfach mal rein, was da ist. Ein bisschen Angst auf jeden Fall. Bob ist auch schon da, um zu gucken und mich zu retten. Bob, wenn etwas schief geht, du bist dabei. Wir gucken jetzt rein. Drei, zwei, eins. Wir gucken jetzt rein. Das ist schon mal unser erstes Produkt. Fuck. I'm about to drink. Ich will gar nicht wissen, was da drinne ist. Wirklich, Jungs. Das ist viel zu gefährlich hier. Krass. Das ist viel zu gefährlich, was hier gerade passiert. Da ist noch was drinne. Wir gucken mal kurz rein. Da ist ein Burger drinne, Jungs. Was ist das? Eww. 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 Soll ich es probieren? Bei fünf Likes. Ich mach das nur für euch. Es riecht. Es riecht. Es riecht. Oh, der hat da reingeschissen Oh, der hat da reingeschissen Was ist das? Jungs, was ist das? Ich probiere das jetzt Oh, das ist seine Wichser, Jungs Er hat den Burger voll gewichst Aber eigentlich, eigentlich ist es geil Aber darum geht es nicht Er hat einfach den Burger gewichst, Jungs Was ist das dann? Dieses Ambato Drink Was ist das dann? Soll ich es probieren? 5 4 3 2 1 Ich probiere Für euch 10 Likes Das ist seine Pisse Der hat da reingepisst Bodo come Bodo come Bodo come I'm bad and up Butter fucking up I'm bad and up I'm bad and up I'm bad and up Irgendwas ist gerade passiert Ich glaube, er hat Besitz von mir ergriffen Wir essen das jetzt noch auf Und es wird kein Essen verschwendet Ich muss den Sperma Burger essen 10 Likes dafür, dass ich den Sperma Burger gegessen habe Bodo come I'm bad and up You should be I'm bad and up Jetzt aber keinen bisschen mit seinem urin hinterher spielen ist das eklig ich sag so wie es ist das ist bestrafung genug für mich gewesen wirklich bei 10 likes bei 10 likes holen mir die kiste und machen dass es endlich alles aufhört hier ich möchte nie wieder ein ambato drink oder ein ambato meal in meiner hand halten das ist eklig jungs wenn es euch gefallen hat ein like ein abo eine glocke all das für mich dass ich das heute hier gemacht habe wenn es euch gefallen hat wenn es euch gefallen hat youtube 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 das was mit dem video jungs oh baruner 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 bosting A Bussin